Hallo und herzlich willkommen bei Loreline.de. Mein Name ist Eklis. Wir machen den Erfolg die große Flucht. Wir sind in der richtigen Instanz. Ich bin gerade aufgewacht. Wir fangen hier hinten an. Bei den Trümmern nehmen wir uns einen großen Stein. Gehen damit hier vor zu der abgenutzten Bank. Untersuchen. Mit dem Stein draufhauen. Süße Beute. Wir haben jetzt eine Planke. Die Planke nehmen wir. Schlüsselhängend. Untersuchen. Mit dem Stock herumstochern. Ja, wir sind jetzt etwas außer Reichweite. Jetzt nehmen wir die Verbände. Haben die Verbände. Gehen zur Nahrung. Die Verbände einweichen. Gehen zurück zum Schlüssel. Versuchen sie mit den Verbänden heranzusehen. Wir müssen die Herrschaft an uns reißen. Super. Jetzt können wir aufsperren. So. Und gehen raus. Wundervoll, ja? Das war's auch schon. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich wünsche euch ja noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ich wünsche euch rauszulassen. Ich wünsche euch ja noch den Tod. Ich wünsche euch das nochmal rauszulassen. Ich wünsche euch rauszulassen. Danke.